Du kündest wie so eine eingebildete Zürcherin, Mann, das ist unglaublich. Was? Einbildete Zürcherin, Mann! Oh shit, Mann, aber genau wie eine eingebildete Zürcherin, nein! Wirklich so eine Disco-Schlampe, Mann. Du kommst auf den Zürcherin, Mann, und wieso eingebildete? Keine Ahnung, Mann! Oh shit, Mann! Oh shit, Mann! Oh, sexy! Ich bildete Zürcherin, Mann! Und dann sagt er es doch genau so, weisst? Dann sagt er es genau gleich, Mann! Dann sagt er es genau gleich, Mann! Und dann sagt er es genau so, weisst? Wirklich so eine Disco-Schlampe, die Zürcherin verarscht, Mann! So, komm, wir können das paar Beuys hochfressen, Mann! Weisst du, wir sind 13 Jahre alt, oder so, nicht? Ja, das ist es auch, ja! Geht nicht! Das ist verboten! Der hat's getrennt! Der ist auch dann gegangen! Ja, ja! Ja, stimmt, 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 stimmt! Hallo! Hallo! Ich stehe auf Uniform! Ich stehe auf Uniform! Hä? Ich stehe auf Uniform! Oh! Bist du gestohlen, oder was? Wieso bist du gestohlen, Alter? Hallo? Hallo? Wieso bist du gestohlen, Alter? Ich stehe auf Uniform! Bist du noch nicht mehr, oder was? Ja, ja! Stopp! Was denn? Sie wollen aber klein auf ihnen sprechen! Also, ab im Krieg! Äh mach deinen Geistchanger aus, dieseowanie! Krass! Legendäre! Oh, stimmt, legendäre! Halle! Ja, brauche ich. ceğimt auch alles dein Zeug. brauchst du noch GPS und so? Ich hab mega viele Zeug. Ich kann ja alles. Hast du alles? Ja, chillig. Warte, geh schnell Hornbach verkaufen. Aber was gibt's für diese Leute eigentlich da? Hey, der hat Strangguten hinten drauf, Alta. Aber was soll ich denn jetzt sein? Aha, ich hab... Ich hab's nicht verstanden. Ich hab gesagt, da ist Scheisse hinten drauf. Allload! Hahahaha Kannst du's aufladen mit deinem? Lade auf! Lade auf! Lade auf! Lade auf! Lade auf! Schnell, schnell, schnell! Ja, ja, warte! Schnell, schnell, schnell! Ich lasse diese Nano ab. Ja, warte, 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 warte! Er hat's glaub ich gemerkt, er ist dort. Ja, ja, warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Ich kann's nicht anmelden, nein! Ich kann's nicht anmelden! Mach doch, Baby! Scheisse, ich kann's nicht anmelden! Ah! Ah, jetzt warte! Jetzt wird's! Okay, ist unten, ist unten! Sehr schön! Oh, Alter, komm! Wir sollen den Druck sparen, Alter! Oh, komm! Okay, ist gut, ist gut! Hallo! Seht ihr das hier? Ja, voll! Ist das eigentlich nicht? Nein, ich nicht, hallo! Hehehe, wieso? Ich bin einfach eingestiegen, als er eingestiegen ist! Super geil! So fühlst du mich zum Thema flüssig! Hä? So fühlst du mich zum Thema flüssig? Ich weiss nicht, du bist super leisig! Ich weiss nicht, du bist super leisig! Ach, leisig! Du hast mich leisig eingestellt! Nein, ich kann dich nicht leisig eingestellt, ich habe dich wie immer eingestellt! Oh, was geht da vorne noch? Ja, ich fahre einfach durch, ich kann nicht nach vorne schauen! Oh, der ist los! Ah, nein! Das ist... Nein! Hat diesen... Dieser Motherfucker... Hat er das gesehen oder was? Ich weiss nicht, wann es der war! Es sind zwei im Laden gestanden! Ja, ist nicht der gleiche? Ja, sie haben ein bisschen nervös rumgeschaut und so... Wahrscheinlich sind sie gerade im Shop drin gewesen! Ich habe das Gefühl, die haben das nicht gecheckt, Mann! Es ist legendär! Hey, du! Go, go, go! Hey, sind denn jetzt karröser und so? So lässt du sein! Ah, ist das der Club 7 da? Ah, das ist der Club 7! Ah, legendär! Eure geil! Ha, ha, ha! Das ist sowohl geil! Dann müssen wir doch die schöne Tänne! Ja, eh! Gehen wir gerade die Türen 50.000 auf den Tatschen, Mann! Ja, was? Ja, jetzt einfach an der Strasse nach, Alter! Alte! Jetzt soll ich nur sagen, Mann! Was wollen wir jetzt mit mir? Oh nein, wir haben keinen Rap-Kitz! Nein! Nein, Fick! Wir haben keinen Rap-Kitz, Alter! Nein! Nein! Nein, nein, oder? Nein! Scheiße! Und wir sind da voll am Penis der Welt! Nein! Wo sind wir da? Links, beim Chevrolet-Händler, Mann! Wo ist das? Links, unten, auf der Map! Fuck! Ja! Äh, Leute, die hat ja zehn, das sind drei Uhr! Ja, so wird! Das Problem ist, im Superblock kommst du nicht mehr, gell? Du kommst... Scheiße, wir haben wirklich keinen dabei! Eben nicht! Eben nicht! Wir sind so blöd, ey! Wieso sind wir Kassel kaufen, Mann? Ja... Was machen wir jetzt? Ja, jetzt warten wir doch, bis das Kissen kommt! Und dann scheißen wir ihn rüber auf und nehmen jetzt sein Medikid, um unser Auto reparieren! Guter Plan! Jawohl! Wie kommt das? Achso! Chevrolet hat Käppi-Kops, gell? Hä? Ich komm mal schnell! Chevrolet hat Käppi-Kops, oder? Kops? Ah... Alter, wieso kürst du mich so schlecht? Jetzt ist es besser! Wieso? Keine Ahnung! Jetzt ist es plötzlich besser geworden! Ja, wie hat es vorher gedeutet? Ja, einfach so leise und dumpf! Okay... Jetzt... Jetzt ist... Jetzt ist es anders, anders, anders! Schon! So richtig sexy! Voll, Mann! Jetzt gehst du wirklich fast als Frau durch! Was heisst da fast? Oh, was heisst da fast, ey? Shit! Schlimm! 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 Jetzt kommt etwas! Was ist das? Was ist das? Ist das ADAC? Es ist ein Heli! Oh, was ist das gewesen? Ja, was ist das? Der Heli! Der Heli! Der Held! Der Held! Der Held! Ja, komm nach vorne! Chillig! Ja, geil! Das ist echt! Ja, geil! Das ist echt! Ja, geil! Das ist echt! Du meinst du kein Geld dabei? Ah, ich habe es eben mir dabei! Hallo! Ich bin hier! Wir hatten eine kleine Pfanne hier! Hallo! Ja! Sehr schön, dass sie kommen konnten! Ich schiede die Rechnung und das können sie in der nächsten Zeit überweisen! Okay! Vielen Dank! Danke vielmals für die Hilfe! Ja, auf jeden Fall! Jo! Ich wünsche Ihnen noch gute Weiterfahrt und passen Sie auf! Und direkt auf! Da knoppert gerne wirklich Reifen an! Das ist... Ja! Ich werde mir Mühe geben! Vielen Dank für die Hilfe! Alles klar! Schönen Tag noch! Tschüss! 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 Jetzt sind Tausend, Mann! Was? Sorry! Ja, aber echt! Ja! 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 Du bleibst doch hier! Ja! 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 Du kannst ein還是 tun! Ja! Ja! Aber warte es! Ja! Marokka, League!" NieK Gehst du nicht mehr auf deinen Heels oder was? Hey, hallo! Schön! Weisst, ich gebe ihm tausend Stunden! Komm, und ich habe mir nur eine Masse! Warum sagst du schon? Du bist kein Amo, ich gebe es gar nicht mehr. Wie in echt, oder? Das ist schon so. Nein, ich habe nur zwei von jedem gegeben. Jetzt habe ich auch nur zwei von jedem. So sieht man aus. Doch alles ist sehr sicher, oder? Ja, ich habe mir auch nicht. Okay! Warum ist es noch so? Das war die Frage! Guck mal! Als du nicht brumst! Du bist nicht so ¡ixier dich! Guck mal! Du bist nicht so, wir sind so! Nein, wir sind so. Frii, Frau! Ihr seid aber nur von Boren und Clyde, Mann! Anders? Ja! Oh shit! Oh man, geht doch! Meinst du, hunderechne mal, wenn ich wegen der Lunge fahre? Ja... Ich bilde die Zürcher, bittest du sicher wieder mal? Wieso, ich bilde das mal? Ich kriege die Ere! Hahaha Hahaha Ah, bittest du schon in Zürich aber... Hahaha, aber einbilden geht gar nicht! Hahaha 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 Oh shit Hahaha Wollen wir jetzt da rechts? Nein, genau, noch weiter, 500 Meter Ah, jetzt kannst du etwa mal rechts da Ja Requesting Support, Grid 047127 Ja Ja Ey, durch eine Bremse, ey Vielleicht muss man es schnell markieren Ähm Ähm Ja Was soll man einfach so wie behinderte herfahren und verkaufen oder eine aussteigen und fliegen oder? Ja Ja, wie behinderte herfahren und verkaufen, würde ich sagen Ja Schon, ey Du steigst raus und klagst uns Okay Ja, chillig Ohhhh Nachher wird der Flug anfangen einzahlen, oder? Ja, voll Chillig Oh Ja Was jetzt die Nacht ist ja unbedingt für kleine Mädels Hahaha Ja, sag nichts Hahaha Also ja Hahaha 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 Frische Joints an der Pro 7 Bar, erster gratis, jeder weitere 1000 Wurde geil 1000? Anderst du? Dann können wir nach ein paar Grinefätze Ja, ich glaube ich glaub das Geld für die Polvre immer alles Alle Menschen zu treffen Hahaha Das ist es, ey Ja, da vorne ist es Ahja, voll Ist das anders ausmord, oder? Ja 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 Ich gehöre in Heli, ey Schöööööööööö Betracht, Betracht, Warte noch mit uns Hände hoch, Überfall. Nein. Fuck. Hände hoch. Wie machst du Hände hoch? Keine Ahnung. Ist er allein? Schiess ihn über den Haufen, wenn du kannst. Nein, nein, nein. Es ist meine Idee. Wenn sie ihre Kleidung abgeben, dass sie klar ist. Hände hoch. Hände hoch. Wenn sie zu ihren Rahmenkollegen im Graf sind. Waffe weg und ausziehen. Sofort aus. Waffen sofort aus. Waffen sofort aus. Schaut einen auf mich? Ja. Schreibe ich mir vor. Nicht nur einmal. Alles. 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 Schneller. Schneller. Aber lassen sie uns doch unsere Kleidung. Schmau. Was? Was war noch? Was war noch aus? Was war noch aus? Was die Leute nicht ausziehen? Was das so? Das ist die kleine Kraft. Nein, Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. Ja, 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 Moment. Dann. 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 Dann fängt doch den Weg weg an. Und dann. Dann noch weiter. Ich verscheide auf Helfer. cida. Waffe. Waffe. Ich schaue die Waffe noch auf ihr Fücken. Möchte ich nicht auf ihr Fücken. Ah. Moment. 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 Ich komme die Kleidung. Ich habe mich noch. Gut. Gut. Ehh. Waffe auf dem Boden. Waffe auf dem Boden. Waffe auf dem Boden. Ich bin nicht nervös. Ich bin nicht nervös. Ich nehme die Waffe auf. Keine Sorge. Nur zu unserer Sicherheit. Aber tun sie uns nichts. Bitte. Ich werde ihnen nichts tun. Keine Sorge. Hören sie auf uns. Sie bleiben am Leben. Ich kann immer finden. Ich bin nicht mal weg. Tja. Nicht anfassen. Hauen sie... Ich glaube nicht, dass sie unsere Waffen genötigen. Können sie die irgendwo deponieren, dass wir sie wiederholen können? Natürlich. Wir haben doch kein Geld. Sag mal so lange für die Waffen gespart. Jetzt sind die weg. Nein, sie kriegen die Waffen zurück. Keine Sorge. Ah, das ist... Alter, du weisst, es hat 200.000 eine Kanister gegeben. Sie sind weiter weg von ihnen weg. Ich verstehe. Willst du mich verarschen? Einer hat 200.000? Nein, beide haben... Also einer hat 100.000. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, warte. Ja, hier ist sie perfekt. Ich möchte... Wir möchten ihm natürlich nicht wehtun, aber wir möchten auch unsere Sicherheit geraten. Ja, wir kooperieren. Ja, wir kooperieren. Bitte? Ja, aber das Auto brauchen wir auch noch. Bitte. Ja, und ich hab kalt. Meine Kleidung. Lassen Sie uns doch irgendwas, sonst sterben wir noch am Hungertod. Ja, wir können uns doch nichts leisten. Hören Sie auf die jungen Dämon. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Schau, jetzt gibt es sicher irgendwie 100.000 Zuckersaison. Joi. Warten Sie. Warten Sie. Kannst du ihn ein wenig anflirten und so, Mann. So, also... Er wird los. Ah, Salima flirten. Herr Warten Sie? Herr Warten Sie? Mr. Daniels? Ja. Ja. Wenn ich mal den Namen hier... Okay. Ähm... Jetzt haben Sie etwas Essen zu... Jetzt haben Sie etwas Essen zum Überleben. Und dann wünschen wir noch ein Schwenken. Ähm... Vielen Dank. Die Waffen? Die werde ich weiter vorlegen. Ja. Okay, wo finden wir die? Wo können wir die denn finden? Ich bin mir gerade die Koordinaten. Keine Sorge. Und das Auto? Die Kreuzung. Das Auto, das müssen wir kurz ausleiten. Ausbauen. Ja, und wie kommen wir denn hier weg? Bitte nicht. Wir brauchen das doch. Danke. Danke. Ja, ich habe ein Taxi mit mir. Besor Channel. Keine Sorge. Hm. Sonst rufen wir Ihnen ein Taxi zu. Der Geländewagen werden Sie ja sicher nicht vermissen. Ich schreibe an den Kopf, das ist gut. Ja, doch schon. Weil ich habe... Die Waffe... So, wir sehen uns... Ja. Okay. Ich kann gar nicht schreiben. So, und jetzt geh an die Kreuzung nach vorne. Danke! Geh uns weiter! Geh an die Kreuzung nach vorne! Hey, Alter! In der Werkzeug hast du noch einen da. Was hat er? Ich weiss wenigstens nicht... Wieso kann ich hier und da? Er hat mir eine Wechselkiste hingewiesen. Ich habe kein Phone mehr, Mann. Der hat mir mein Phone geklaut. Kann ich nicht schreiben, oder? Was ist das da geworden, Mann? Ah, warte! Wir haben hier die Tränen geklaut, Mann! Ah! Wir haben es geklaut, wir haben es geklaut. Wir haben es geklaut, wir haben es uns geklaut. Ja, es ist schon so. Ja, wir kommen jetzt hier weg. Ja, das ist der grösste Fass. Machen wir jetzt ein Picknick da, oder was? Kann ich da mal wieder ein Feuer dabei? Wer verkauft jetzt jede Karre, der Hurensohn? Was hat er? Äh... Ist ja eigentlich logisch, Mann. Da bist ja gerade... Äh, Mann. Jetzt komme ich aus dem Game. Jetzt ist ja eigentlich gerade da, bist ja der Autohändler. Logisch verkauft das Autodelixer. Ja, Mensch. Ich habe das Gefühl, die sind zum Flughafen gefahren. Und... Vergiss jetzt nicht. Ich hätte... Ja, gut, sonst musste ich es laufen. Das ist doch ein scheiss Pick-up, Mann. Ich hätte sie sich nicht abschliessen, dann wäre es nicht mehr rauskommen. Nein, man hätte nicht einfach reagieren sollen, Mann. Und sie sich über einen Haufen schiessen, oder? Ja, die sind ins Treffekt gewesen. Zwei sind im Geräusch gewesen. Okay. Ja, gut. Hast du keine Chance? Du lachst gegen einen Baum stehen. Ah, Entschuldigung, ich sehe einfach schwarz. Hehehehe. 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 Aber das ist doch irgendwie, Mann. Wieso ist es so dunkel? Es kann doch nicht sein. Es ist einfach schwarz. Hehehehe. Nicht einmal der Himmel, nichts. Es ist einfach schwarz. Schwarz ist Nacht? Ja, also... Pssst. Du wolltest schon immer mit mir schwarz, Nachtdunkel, oder? Ja, aber dann sehe ich auch deine geilen Haare schneiden, Mann. Hehehehe. 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 Soll ich nicht einmal an den Kopf schreiben, sonst soll ich uns das abholen, oder? Das ist verdreckig mit dem Handy, oder? Ja, voll. Das ist geil, aber das ist verdreckig. Das ist schon so. Ja, willst du nicht auf mich warten, oder? Wo bist du drauf? Ich renne einfach immer geradeaus, Mann. Keine Ahnung, ich komme dir gar nicht hinten nachgelegen. Ja, zieh mal die Heals ab, Mann. Vielleicht geht's dir besser. Hehehehe. 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 Ja, aber dann... Dann gefall ich dir aber nicht mehr, oder? Hehehehe. Ja, das stimmt. Also du musst leiden, Mann. Hehehehe. Ich vermönte, Mann. Hehehehe. Oh Mann. Ich weiß ja, Mann. Je weiß nicht, wie gesagt. Auf das, was sagt, Mann. Himmel. Hehehehe. Hehehehe. Oh Mann. Ah, shit. Oh, schon. Hä? Äh, ne, nur lanzen. Oder was? Oh, schon, so nicht meine Mittelfinger. Nein, ist gut, ich sehe es gerade auf dir in der Cam. Oh, scheisse, die habe ich ganz gerne abgestellt. Ja, siehst du. Ist geil. Das macht mich schon ein wenig scharf. Hä? 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 Ja, ey. Das stimmt eigentlich, das stimmt eigentlich. Sowieso. Ich stehe auf eingebildet, die Zürcherin. Wieso eingebildet? Was ist das denn? Hä? Hä? Wo bist du? Siehst du die Kartbahn? Ja, genau. Ja. Ich warte wie die Kartbahn. Du bist doch besser, Mann. Ich bin auch wie die Kartbahn. Ich muss auch ein Schiss. Ja, Mann. Wieso bist du immer noch wie die Kartbahn? Ich warte auf dich, oder? Wieso? Du bist eingebildet in die Zürcherin. Du verläufst mich hin. Ja, wo bist du? Auf der Tribüne oben. Dort beim Start. Ja, komm, da die Strasse. Wo ist? Nein. Oh nein, gibt es doch kein Ding. Garage. Ja, Mann. Aber dort hinten, auf dieser Seite. Wo? Dort unten nicht. Nein, da gibt es keine Garage, Alter. Luftpatrouille, Luftfahrzeuge. Kannst du nicht Autos rausholen? Nein, das ist mega scheisse. Luftfahrzeuge, Mann. So orange. Ja gut. Man könnte das Flugzeug aus holen, ja. Das wäre einfach noch die Stelle wieder. Nein, aber dort kannst du sicher Autos holen, nicht? Nein. Hat er schon einen Chat? Ja. Hm. Voll. So engagiert. Ja, guck mal. Sicher eine Mistgeburt? Eine Mistgeburt? Jesus fährt all diese, das habe ich gar nicht gewusst. Haha, krass. Nein, jetzt müssen wir den einfach nicht mehr einparkieren. Was ist das? Ah, das ist das für ein Teil? Ja, das ist scheisse, Mann. Wir müssen ein Heli holen. Weil ich kann nicht landen dort, wo es ein... Ah, beim Club, Mann. Ja, wegen dem ersten Mal. Oder sonst ein Auto holen. Aber ich kann nicht landen, wo... Weisst du was, Mann. Aus der Garage. Ja, ja. Da hast du ein Heli. So friss ich, was... Ja. Ja. Oh, oh, wir sterben. Und... Ehhh,... Aaaaaah.... Fickt ihr? Anders... Ähm... Warte, was habe ich das für... Ahja, hier ist eine kleine Schwuleer. Wer hat er in uns geschossen? Hat er zu uns geschossen? Ja, ja. Oh, hallo? Ja, ja. Jetzt haben wir aber glücklich, dass man ein bisschen abkämpft, ja. Das ist doch nur ein Scheinbarer. Ich habe das Gefühl, es ist enthandelt. Dann kannst du einfach die Alp verkaufen, oder? Ja, ja, schon. Wollen wir mit dem Auto anbauen, oder? Ja, ist es. Ja, ja. Sollen wir nicht durch den Kopf um anbauen? Lauf, lauf, lauf! Ja, ja. Ja, ja. Die Husten, bitch! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ja, ja. Hey, du bist gerade Torba. Ja, ja. Ja. 13 Reppchen zu haben. Aber da ist auch immer ein Schleidemore geklappt. Ja ja. Das ist ja legendär, oder? Wie geil ist das, ey? Oh shit. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Inzwischen hat da jemand gehofft, oder? Du musst sicher bezahlen, dass das immer noch ist, oder? Ah, nein, nein. Das ist ja legendär, das ist einfach ein kleines Arsch. Das sind die Verkaufsmomben? Ich muss das ausüben. Da die AC-Rolle jetzt sicher am Boden rumeinander, so. Slashe... JOKI! Ist das anders mit günstig, eh? Slashe Whisky, was machst du denn? 6.000 mal Natsch, das ist nicht, oder? Ist das anders günstig, ja? Ohhhh... Waaahhhhh... Ja super, nur... Dein Routalkoolwert ist jetzt bei 0.22... Ist das nicht geil? Höh... Alter, das ist super geil! Ey, jetzt gebe ich eine Curcule an und so viel. Das waren 10 Familien und dann gehen wir fahren, Mann. Das ist ein kurzer Drogeneffekt. Ja, das kommt eben. Ich weiss nicht, wieviel Promille das jetzt hat. Es ist einfach alles weiss. Zeig es mir dir irgendwie nach. Ich bin im VIP-Bereich. Öffne ein VIP-Lounge. Ok. Ja. Hallo. Aussteigen. Hallo. So. Bist du drüber gestiegen? Ja. Ja, der ist offen hier. Schau mal mit dem. So. Oh. Hey, komm, dann gehen wir mal verhuckern. Weisst du, wieviel Cooler gibt den? Ja. Ein paar hier hinten auch. Ist gut. Ich glaube, die Cops haben. Hast du das mal aus euch? Oh nein. Ja. Ja. Also du bist links, gell? Links, ja. Richtung, äh, wie heisst das? Cerno. Ich weiß nicht. Oh, geh weg, Quam. Wer? Du. Ich. Ich gehe gar nicht. Ah, dann bist du mir etwa dreimal in den Arsch gefahren. Was? Warum? Wow, jetzt bist du vor mir. Ich kann dich nicht sehen. Bei mir bist du gar nicht rum. Ah, okay. Jetzt bin ich etwa 50 Meter hinter dir. Siehst du, wo ich bin? Ja. Ich bin jetzt neben dir. Stieg mal aus. Okay, jetzt bist du da. Okay. Jetzt bist du weg. Stieg noch einmal. Halt noch einmal. Ja, ich stehe da. Ich stehe da. Ich stehe da. Ich stehe da. Hinten? Tust du irgendeinen hinter dir, Mann? Sogt einer da hinten? Ah, sogt einer da hinten? Ja, weisst du. Was bist du bereit? Sogt einer da hinten, Mann? Willst du mich verarschen? Weisst du, der kann ja nicht bleiben. So kann man ja gleich verkaufen. Ja, weisst du. Wollt ihr noch weiter? Ja, voll. Ist jetzt easy oder was? Ich bin immer noch weg. Ja, das ist gut. Oh, Alter, wir haben etwas vergessen. Sie ist in 5 Minuten re-start. Nein! Ja, ich habe vergessen. Ich habe noch nicht zu schocken. Ja, das ist schon ein wenig weit. Ja, das ist gut. Oh, Alter, wir haben etwas vergessen. Sie haben in 5 Minuten re-start. Nein. Schon wirklich nicht. 5 Minuten re-start. Aber was ist das für ein Motherfucker, den du da hinten re-start? Kannst du einen rausziehen? Warte mal. Hallo? Hey, Alter! Steig mal aus! Ja. Komm, ich stehe einfach nicht rein. Das ist so geil. Wenn der andere fährt, weisst... Oh Gott. Ich merke nicht, dass er einfach rein. Irgendwann. Ja. Kannst du einen Jürgen-7 fahren? Das stimmt nicht. Nein, das ist sehr fein. Du bist schon anders als in der Leck. Das ist gut. Ey, oi. Das ist so geil. Wenn du da jetzt einen schnell rum- und nicht genommen hast. Und der ist schon voll drin. Das ist so. Dann gibt es Big Explosion. Nein, alle drei. Das ist echt geil. Big Explosion. Hey, das ist richtig. Ich hasse einen Code an der Füße.